Am frühen Sonntagmorgen um 3.45 Uhr ist auf der Kurer Straße ein 18-jähriger Mann mit einem entwendeten Auto von der Straße abgekommen und mit einem parkierten Auto und einer Hausfassade kollidiert. Die vier Insassen verletzten sich, zwei davon leicht. Die anderen beiden mussten ins Spital gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von über 40.000 Franken. Der Fahrer entfernte sich vorerst von der Unfallstelle, konnte aber ausfindig gemacht werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen schildert. Er hatte das entwendete Fahrzeug alkoholisiert, unter Drogen und ohne Führerausweis gelenkt. Der 18-Jährige lenkte das Auto auf der Kurer Straße von Buchs Richtung Seewillen. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug ins Schleudern. Auf der linken Straßenseite, Höhehaus Nummer 81, kollidierte es mit einem parkierten Auto und der Hausfassade. Es stellte sich heraus, dass der 14-jährige Mitfahrer das Auto seinem Vater entwendet hatte. Und das war die